Ich hab dein Lied geschrieben, das würd ich dir gern mal zeigen. Wir brauchen einfach was mit Gefühl, sonst lässt sich das hier nicht verkaufen. So sind wir aber nicht. Dann müsst ihr eben so werden. Bis dann hier! Ich glaub ich bin verknallt. Wie war das denn, Schatz? Wenn du damit wieder anfängst, geh jetzt. Aber du wolltest von uns was haben, was in eine andere Richtung geht. Ey, in eine andere Richtung heißt nicht, dass wir uns gegenseitig verraten, Jin. Ich hab dich überhaupt nicht verraten! Du musst selber dafür sorgen, dass du was bekommst. Du bist selber für dich verantwortlich. Was hab ich getanzt? Na, du wolltest von uns was. Ich hab dich überrascht und aufrund an. - Ich hab dich überrascht und aufrund an. Ich hab dich überrascht und aufrund an. Ich hab dich überrascht. Untertitelung des ZDF, 2020